weiter geht's mit outland immer noch im dschungel ja mittlerweile haben wir ein paar spells gelernt aber die kann ich gerade nicht die es weiter geht also wenigstens schon mit dem schwert umgehen ist das schon mal was ein paar spinnenplatten machen und lassen wir gleich rein laufen also bisher wie dieser sehr sehr cool okay das haben wir schon mal gelernt da geht es runter also leben gibt es hier echt genug man kann ja auch keinen schwierigkeitskreis einstellen also denke ich mal dass es jede menge geben wird gehen kann man auch nice die spinnen die gehen richtig ab man könnte meinen da könnte man runter irgendwie geht das nicht jetzt brauche ich unbedingt leben da unten ist eine spinne da auch noch ok mal gucken ok der bringt schon mal nix aber er ist nicht so weit weg aber da kann man irgendwo also hoch ok ok ja machen wir das mal scheint ja nicht besonders schwer zu sein allerdings kann ja ich kann da nicht um switchen auf blau oder rot das war natürlich scheiße ne hätte ich vorher machen sollen naja egal naja mal gucken was jetzt passiert neue skills vielleicht äh jetzt kann ich zumindest wechseln sie zumindest so aus so mann und save creation lernt to draw on creation itself now he could harness the force of light manifest in all things with it he could trade paths that were close to him before he became a swifter sure hunter against creatures of the dark but the road was still long and the way hidden in shadow and as i said in the last part a really cool voice ok light energy you have learned the way of the spirit of the light with its power you can use items of light shield against light energy and want enemies born of darkness gut gut switchen kann ich schon mal nicht ok aber er used das schon automatisch da kann ich auf jeden fall schon mal hoch gucken ob ich die damage kriege nein und hier auch nicht das ist natürlich ziemlich praktisch kannst du machen was du willst gibt es kein damage außer bei den wichsern hier ok 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 ja gut das ist doch schon ziemlich easy muss halt man muss sich halt nur auf das rote konzentrieren dann läuft das schon checkpoint und müssen gleich warte mal von oben kommen wir eigentlich das heißt ja wir müssen sowieso nach links aber wir gehen erstmal nach unten ja gut da ist eh nix aber auf jeden fall erstmal hoch und jetzt runter unten unten gibt es ein paar Spinnen ok ja gut die sind ja noch relativ einfach ja ja was war das denn lol ok den nochmal eingeben ja das ist es auch ach leid da war ich wieder total greedy erstmal ins feuer reinlaufen ok der ist richtig agil der ist richtig krass der typ aber da muss doch irgendwas sein das sieht mir echt danach aus ok da unten ist ein portal wir müssen aber nach links aber ich jump mal rein koop challenge this portal is used to access challenges you can not face alone in order to enter you are need to play the game in koop mode na das ist halt ein kollegen für den ich hier grad nicht habe beziehungsweise muss erstmal das spiel haben na gut aber vielleicht kriege ich noch irgendjemanden dazu weil das spiel ist schon ziemlich cool muss man sagen da gibt es schon andere spiele die deutlich schlechter waren ok ok ach du scheiße nimmt dir hier gar kein ende Ja, hoffen wir mal, dass es nicht so ein kurzes LP wird. Oder allgemein ein kurzes Spiel. Ach, Leute. Ich meine, ich habe ja jetzt auch nicht so viel Geld ausgegeben, aber... Naja, ein Spiel, das an einem Nachmittag durchgespielt ist, ist natürlich nicht so geil. Da kann man sein Geld auch anders ausgeben. Okay, erstmal alle und dann nur außen. Ach, fuck, man. Den da oben natze ich auch erstmal... Ja, klar, erstmal reinlaufen. Aber hier ist schon wieder ein Herz. Passt. Weil er ganz links ist auch noch was. Wie kann ich da jetzt hin? Okay. Das wird dauern. Erstmal rechts. Ja, ja, das gibt's doch gar nicht mehr. Okay. Jetzt nach unten. Und das kleine Secret besuchen oder sowas. Hier scheint aber auch... ...was Interessantes zu sein, aber irgendwie weiß ich nicht, was ich damit anfangen soll. Wahrscheinlich nur ein Signal, dass man nach oben muss oder sowas. Ich weiß es nicht. Und nach unten kann ich auch nicht. Nice. Ich wüsste jetzt aber auch nicht, was ich machen soll. Ja, wahrscheinlich trigger ich irgendwo anders was. Wo ich dann hier rein kann. Weil Erdbeben oder weiß ich was. Okay, der hat reingehauen gerade. Hm, gut. Wenn's nicht geht, dann geht's nicht. So, ganz schnell hier abhauen. Auf jeden Fall, so wie ich das jetzt sehe, kann man den Checkpoint jedes Mal aktualisieren. Also wenn man zum Beispiel ein Geused hat und zum Beispiel später irgendwo ein Geheimnis entdeckt hat, kann man den nochmal triggern, dass es sozusagen nochmal speichert. Natürlich ziemlich cool. Die Situation gibt's ja nicht selten, wo man auf einmal was gesehen hat und auf einmal nicht speichern kann. Okay, den wir auf jeden Fall triggern hier. Aber wir gehen... Nee. Rechts geht's eh nicht weiter. Dann bleib mal hier. Okay, wenn ich draufgehe, dann use der. Gut. Okay. Ja, lol. Nein, lol. Ja, klar, lol. Fuck. Dann müssen wir schneller gehen. Aber mehr gibt's nicht, oder was? Na gut. Ich hab jetzt ein bisschen mehr erwartet. Ich kann ihn ja nicht wechseln, ich muss den, ich krieg den wahrscheinlich. Weil ich kann hier nix wechseln. Ich spinne erstmal hier. Okay, das wird getriggert. Okay, jetzt kick ich erstmal aufs Maul. Ach, läuft. Okay, so. Zack, zack, zack. Oh, lol. Ja, aber das war so klar. Oh, wie? Oh. Okay, die hauen auf jeden Fall rein. Ja. Lol. Okay, da muss ich sowieso hin. War wieder mal höchst clever. We can't pass this way without a guardian key. Alles klar. Wir brauchen auf jeden Fall schon mal einen Schlüssel. Ja, super, jetzt bin ich erstmal runtergesprungen. Wollt erstmal nach. Links. Oh, nicht zu sterben. Okay. Okay, schon mal gut. Ja, gut. Eigentlich gibt es hier mehr als genug Leben. Von den, ähm... Von den Gegnern. Aber man kann anfeindlich nicht mit, äh... Warte mal, das wird aufgegangen. Dann gehen wir mal nach oben links. Bestimmt irgendwas. Auch wenn es nur das ist. Ich gehe jetzt auf jeden Fall nochmal runter hier. Oh, das war knapp. Lol. Das letzte Level ist nicht so... Okay, man kann noch zurück. Also wirklich... Alles habe ich ja jetzt nicht entdeckt, ne? Aber die Frage ist, wie komme ich zu dem Roten? Das war noch mal nach oben, ne? Ja, warte mal da oben, ne? Aber da muss ich ja so... Da muss ich ja so ein Key haben, ne? Aber den kriege ich so einfach nicht. Und da ist noch so ein Kelch. Ich gehe da einfach mal hin. Kann doch sein, dass ich das Einfach übersehen habe Aber sollte ich ja nicht Jetzt bin ich ja... Ne, scheiße, ist er gar nicht hier Die respawnen zumindest alle Kann man ein bisschen was farmen Ach, das ist einfach nur der Speicherpunkt, ja super Das hätte mir immer nicht auch sagen können Gehen wir einfach mal weiter Auf jeden Fall sehr, sehr gut animiert Die Figur, kann ich immer wieder sagen Die Bewegungen sind richtig nice Kann man sich geben, auf jeden Fall Ja, und in die Fresse auch Okay, hier geht schon mal den roten Die Frage ist nur Wo kriegen wir den her Da komme ich auf jeden Fall schon mal nicht hin Ich will den erstmal platt machen Ja, klar Den kann ich nicht kaputt machen Aber da muss ich hoch Lol Ah, nice Richtig nice Pass auf Und jetzt Da oben kommt auf jeden Fall eine Spinne runter Natürlich super Da oben kommt auf jeden Fall eine Spinne runter Natürlich super Live kommt Ist auch noch eine Ja, die wird erstmal gewone-hitted Das ist noch eine Safepoint Warte mal Ja, ich will aber unbedingt hier rein jetzt ja klar hoffe dass er die geht gleich hoch wird aber einfach nur ab wenn wir nicht nach oben hier kommen auf der anderen seite wieder raus leider hoch ganz schnell ganz schnell auf jeden fall geht sie nach unten ich spinne jetzt okay das wäre bis jetzt ist es relativ easy kann man mit arbeiten okay aufpassen und jetzt geht das wäre ein guter zeitpunkt nein ganz schlechter zeitpunkt wenn der kommt mal jetzt läuft ok den hole ich jetzt nicht tatsächlich lol ich hätte alter schwede das hätte ich jetzt nicht gedacht kann man schön upgraden da müssen wir auf jeden fall hoch aber links rechts kann man ja natürlich kann man auf jeden fall noch hin ja gut ist genug zeit auf jeden fall da lang kein secret hier ist gar nichts aber ich war schon lol hier war ich ja schon gut da müssen wir jetzt das war knapp ich muss jetzt da hoch das war gut das muss gelegt so mal ein bisschen Leben hier abfahren so ja lol hat da darüber da könnte man eigentlich jetzt auch und höchstwahrscheinlich auch da oder nee eigentlich könnte man versuchen jawoll aber jetzt bin ich leider ja das ist natürlich große scheiße aber die punkte haben wir zumindest geholt scheinen ja auch nicht ganz so unwichtig zu sein von leben ab wäre gut bis jetzt gab es nur ein leben upgrade zweimal bisher also wichtig wenn du dann das wird ja wahrscheinlich immer weniger leben geben ich meine extra herzen so dass du einfach angewiesen bist auf deine hohen lebenspunkte also bist du angewiesen auf deine hohen lebenspunkte teleportation ok gelesen nochmal teleportation ist exes teleporter gut hier da unten wäre auch noch was aber gut ist es nicht so ist es nicht so wichtig ich hätte auch dann nach oben gehen können klappt da natürlich rein oben sind herzen extra herzen pass mal auf pass mal auf die muss mit na loll ok so so ja auch nicht schlecht ok aber da ganz nach oben schaffe ich es nicht so einen anderen weg der wäre nee ich muss den nehmen oder der der geht dann nee das habe ich auch nicht hol auf wie lässt es der hier ja der bestimmt nicht lol oh fuck man erstmal schön dick abgeschmiert ja gut bringt nichts bringt alles nichts ich weiß auch nicht wie ich da hinkommen soll ja scheiße man da oben kann man doch bestimmt auch irgendwie hin also füge mal bergauf ja fuck ich muss doch gleich das ziel sein mehr oder weniger guardian key you have collected a guardian key the door during the next challenge is now open to you hm da war ja irgendwo hinter uns ein tor gehen wir nochmal nach unten gehen wir nochmal nach unten nein lol das war jetzt nicht so gewollt aber why not ok wir sind jetzt aha war das nicht der Raum wo wir vorhin waren ich glaube ja oder ich bin mir jetzt ehrlich ehrlich gesagt nicht sicher kann man auch gar nicht nachgucken hier ok das war es aber auf jeden fall für diese Folge ich bedanke mich fürs zuschauen und ja schalte der nächsten Folge wieder rein bis dann